Musik 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 Guck mal, der heilige Georg, der hat damals ein Drachen getötet, ganz alleine. Und wir schaffen es wieder, dass wir nicht die Idee umgehen. Das ist so viele. Bis dann hier. Ciao. Ciao. Hi. Hallo. Ja, ja, ich werde gerade noch helfen. Auch tschüss. Du bist eine Konkurrenz, deswegen hat er dich übersehen. So, hier wird er noch mal drauf achten. Hier haben wir Gegenverkehr. Ich bin auf der hechten Seite, hinter der Konzertseite und hinterher. Sie wollen auch gleich für den Schreber. Danke. So, Raffeland. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Wie, 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 wie? Ich bin bei dir, die Zeit nicht. Hahaha. Ich bin bei dir, die Zeit nicht. Hahaha. Anja ist der Chef vom Ganzen. Ja, aber diese armselige Strecke hier, glaube ich, ist ja nichts los hier. Hallo, Hannover. Hey! Ist das die Verbotszone? Verboten. Was? Verboten. Zone. Zonengrenze. Zonengrenze? Ja. Wir wollten über den Weihnachtsmarkt gehen. Und deshalb können wir da nicht hin. Wir laufen sonst ganz andere Strecken. Aber ganz Hannover ist von Nachbar. Also hier ist nichts. Ja, 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 ja. Aber das zeigen wir. Ja, ja, ja. Und das muss anders sein. Ja. Aber du siehst ja, das chinesische System haben sie schon fast hier installiert. Das chinesische System haben sie schon fast installiert. Das Belohnungssystem und so weiter, wenn du immer brav mitmachst. Viele von den Leuten, guck mal, die da drüben zum Beispiel. Das sind welche, an denen ist es vorbeigegangen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagten, was habt ihr denn? So ein bisschen Maske tragen, wo ist das Problem? Es war doch alles easy. Ja. Aber nicht für uns, nicht für die Leute, die da nicht mitgemacht haben. Und viele von denen, die es so easy fanden, die liegen jetzt im Krankenhaus. Das ist schon tot. Zum Beispiel die Schwiegerelter von meinem Bruder. Die sagten, als sie ihre erste Impfung hatten, das ist wie ein Lottogewinn. Ja, der Lottogewinn hat sie in der Erde gebracht. Beide sind tot. Die hätten noch ein paar Jahre vor sich gehabt. Ich habe heute einen getroffen. Der war, ich komme mir entgegen, der bist ein bisschen behindert. Der läuft schlecht und so. Und heute hat er ganz schlecht gesprochen. Und dann habe ich gedacht, oh, spricht der nicht schlecht. Der hat wahrscheinlich einen ganz kleinen Schlaganfall. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, geht es dir denn gut? Ja. Aber das hat er selber noch nicht mal gemerkt. Ja, ja. Also es gibt einige Leute, denen ist das Gesicht jetzt total entfallen. Das hängt alles schief und so weiter. Das sind immer auch diese kleinen Sachen. Ja. Die einseitige Gesicht. Ja, ja. 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 Ja.